Wir kaufen nichts. Musik aus. Kein Bock. Ey, wir haben ein Problem. Problem? Junge, du bist ein Problem mit deinen Problemen. Ja, ich höre das. Weißt du, mir gefallen diese Hotels. Ich wollte vorhin die Anzahl der Stockwerke errechnen, aber bei vier habe ich mich verzählt. Das Haus erinnert mich immer an meine Oma. 10 Meter hoch, 10 Meter breit. Okay, Jordi. Klappe. Ich glaube, ich habe Durchfall. Hinter Durchfall könnten Infekte oder Störungen des Hormonenhaushalts stehen. Manchmal ist der Stuhl gern flüssig und manchmal fettig. Probier doch mal Babypuder. Das habe ich schon alles probiert. Dann hast du jetzt echt ein Problem, Mann. Eine besondere Form des Durchfalls entsteht, wenn im Dünnwärm nicht genug Gallensäuren abgegeben werden. Es könnte aber auch eine Darmgrippe sein. Immerhin ist es sehr kalt. Macht Sinn. Sag ich ja. Nein, hast du nicht. Du bist bekloppt. Da ist drei Meter Feld weg. Okay, das hat gesessen. Es könnte wirklich eine Darmgrippe sein. Es ist kalt und die beiden stehen in Anzügen wie Deppen auf einem nicht mal uns gehörten Balkon. Mir fehle da jetzt nur noch ein chronischer Durchfall ein. Reizdarmsyndrom zum Beispiel. Deine Jacke sieht übrigens scheiße aus. Also, du selten dummer Reisfresser kannst über mich und meinen Stuhl sagen, was du willst. Aber meine Jacke lässt du aus dem Spiel. Schön. Na gut. Äh, siehst du den Bagger da unten? Nein, tue ich nicht. Da ist kein Bagger. Ähm, und das Boot dort? Und da ist ganz ein Boot. Ja, aber dann wenigstens den Typen da. Typ? Oh, ja, den sehe ich. Den mit der gefährlichen Knarre in der Hand? Ja, guck mal. Ich habe auch eine. Pass auf, du gehst da jetzt runter und machst ihn zu unserem Handelspaar. Für unser Baby-Puder-Business, ich weiß. Ey, kriege ich auch einen Lacher? Nee, hab nur die eine. Und die andere ist gleich nach der Garantie zu fallen. Ich hasse immer keine Zeit.